jo hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von battlefield 4 jetzt mal wieder eine richtig schwere waffe hier genommen der scheiß heli schon wieder unterwegs auch das ist unser heli hinten bin ich noch nie gespawnte ok gucken was hier so geht guck mal was hier so geht was wir reißen können aber mein glück wenn ich das sage dann auf jeden fall nicht viel wo rennt der hin komm 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 ja da kommt jemand ganz ruhig ganz ruhig wenn alles im griff die hocken schon hier oben die hocken schon hier oben die penner über uns ein bisschen angst dass die von der treppe hier kommen die sind hier oben von meinen leuten scheiße wenn ich rausgebe nicht tot glaube ich fuck nein wie kann der noch 100 haben das gibt es doch schon wieder nicht wie kann er noch 100 haben ich habe noch erwischt zumindest laut laut zielvorrichtung habe ich erwischt kann ich da wieder nichts bauen auch wieder herrlich alter wieder der typ da oben wieder der typ da oben der hat schon wieder so eine kack position wo keiner hinschaut anscheinend dieser gespawnt oder hier ist er lang gerannt verdammt aufpassen hier nicht dass der pisser lang rennt halt warum lade ich nach ist es dumm hier nachzuladen weil die waffe so ein großes magazin hat brauchst nicht ständig nachladen ich bin noch nicht wieder komplett aufgestanden mensch müssen auf das fahrzeug da oben aufpassen denn die machen uns ruckzuck platt von wo denn schon wieder hinten wo hocken die denn scheiße die claimer muss ich mal setzen komm 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 heil dich man yes ich bin mal schnell hier rein um die claimer zu setzen aber ich würde sie eher hier setzen ich glaube da ist ja ganz gut Alter dass du die Leute aber auch nie kriegst nice die werden auf jeden Fall gleich versuchen glaube ich hier rein zu rennen aber die claimer die sitzt gut weil die sitzt total im schatten also die leute werden das schlecht sehen das teil glaube ich oh hier hinten sind sie alter warum stirbt der nicht wie viel hält der typ aus das ist echt unnormal na komm trau dich verteidigt dieses einsatzziel Depp auch Depp das habe ich leider keine mehr schade wirklich schade jetzt müssen wir wieder warten bis wir eine neue kriegen scheiße fehlt echt kommt ist glaube ich jemand hochgekommen hier aber doch nicht man die rennen immer weg wenn ich gerade schießen würde jetzt müssen wir jetzt wird Zeit mal nachzuladen jetzt wird wirklich mal Zeit komm 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 bevor die hier reinkommen man ich mache alle platt hier in dem oh jetzt kommt der Heli Vorsicht Vorsicht hier wo sind sie die Leute wo sind sie da hinten muss einer hocken die verstecken sich auch ne die verstecken sich echt mega oh ich soll aufpassen dass von hier hinten keiner kommt denn gerade von hier also ich würde es von hier hinten versuchen aber seitdem ich die Claimer da gesetzt habe habe ich glaube ich Angst dass da wieder so ein Teil sitzt allerdings wenn sie vorsichtig vorgehen sehen sie das Ding ja aber das ist auch ein echt gutes Gebiet für die Claimer weil da ist es dunkel da sieht man kaum was wenn man da ohne Nachtsichtgerät reingeht sieht man die Fäden nicht ist eigentlich mega ist ne geile Position oder Schutzhilfe trotzdem cool oh shit hier wurde gerade jemand vor meiner Haustür getötet wie kann das sein der streunert hier rum und tötet meine Jungs shit ja da war ich zu lahm allerdings dass der noch 100 hat verstehe ich wieder nicht kann ich nicht verstehen warum der jetzt wieder noch 100 hat wenn er 99 hörte ja wäre ich zufrieden mit 99 wäre ich zufrieden aber 100 100 ist krass 100 ist richtig krass scheiße hab die Arschkalle gezogen glaube ich ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht kommt schon ist der Typ da hinten ist noch da glaube ich aber wo ist er denn das war doch meiner nicht mal als Kill gezählt so viel Schaden gemacht und nicht mal als Kill gezählt das ist wieder traurig oh fuck das ist wieder traurig und ärgerlich zugleich oh shit das ist auch schon wieder so ein scheiß Panzer wenn die vorsichtig sind holen sie uns weg kann der mich denn jetzt trotzdem treten lol von da oben irgendwo alter ist aus einem Heli gesprungen und ist da rauf gesprungen den muss ich mir holen den muss ich mir echt holen wo ich mir merken wo der Typ hockt und gucken dass ich da irgendwie dezent hinkomme alter warum hab ich das Ding dann um den Mühe verfehlt ich weiß auch echt nicht wie man hier abspringen kann ohne zu sterben ohne Schaden zu nehmen geht das überhaupt kann man in dem Spiel abspringen ohne Schaden zu nehmen jedes Mal wenn ich springe bin ich fast tot ich brauch erstmal Heilung hier muss jetzt mal ganz kurz abwarten hier glaube ich das wäre ein bisschen klüger wenn ich ein bisschen auf Heilung warte oben wieder glaube ich da oben ist er oh er ist tot Gott sei Dank er ist tot der Typ wurde getötet komm schon komm schon ich will hier oben wieder hin los 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 wenn wir die Claymore setzen nee die setzen wir hier hin oder ist auch blöd so dass sie das Ding nicht entschärfen können so könnte es gehen da rennen sie direkt rein oder das ist einer von meinen Leuten scheiß Heli wieder oh nice wir haben gekriegt cool steckt sich hier hinten noch jemand und will uns von hinten überraschen glaube nicht alter Mann noch jemand da da oben scheiße 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 ist garantiert der Macker da hinten den ich gerade getroffen habe der will uns jetzt wegsnipern hofft dass der jetzt schon getötet wurde er ist immer noch da oben tötet den noch mal verdammt alter den Heli schon wieder hol ich mir wenn er ist runtergefallen Mist die fallen alle runter aber im Grupp die wollen immer auf den Balkon springen und anscheinend ist das eine richtig geile Position komm 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 Mann lol von da hinten nice das ist nice der kann zielen glaube ich der kann gut snipern nicht schlecht wirklich nicht schlecht oh jetzt bin ich im Heli vielleicht kann ich jetzt auch mal einen coolen Sprung hier machen könnten wir dann rauf alter ist der Typ rausgesprungen oh Mensch alter warum springen die dann einfach immer raus ist doch kacke das ist so klar alter ich hab gar nicht mitgekriegt dass da jemand rausgesprungen ist aus dem Heli scheiße Mist jetzt kommt man natürlich da wieder nicht hin können wir in den Heli einsteigen ne Heli nicht verfügbar wir haben nur so kack Gebiete wo wir hin können nur so kack Spawnpunkte haben wir kommen wir hier irgendwo hoch zumindest auch schlecht ne hier kommen wir hoch glaube ich wenn wir hier rum genau und jetzt laufen wir mal lieber langsam hier chillig denn die hören uns sonst und da hinten irgendwo hat voll niemand oh da ist jemand reingelaufen cool sagen sie setzen wir hier doch auch nochmal eine hin obwohl man das sieht eigentlich scheiße ne die ist blöd die sieht man das ist schlecht manche sieht man einfach zu kalt zu 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 doll und dann bringen die nicht viel weil jeder der die sieht die gleich entschärft junge spring bitte hier hoch die sind alle auf dem Dach glaube ich die sind alle auf dem Dach die sind glaube ich auch wieder richtig cool noch jemand da noch jemand da schießen schon wieder auf mich oh wer ist das oh wer ist das ihr seid das okay oh hier links unten ist einer noch gekriegt cool auch da unten hocken ganz viele glaube ich und über uns natürlich hocken auch richtig viele ich glaube hier hinten habe ich gerade jemand gesehen oder auch nicht das Fahrzeug ist da die bösen Melle kieken oh leiden ist schon wieder so ein scheiß Heli seine Runden dreht und darauf wartet dass er uns irgendwie sie nehmen kann Alter wo sind denn die Leute hin da muss man wieder auf den Sniper vor sich aufpassen denn der wartet nur auf uns glaube ich meine Claymore sitzt noch ist auch gut gehen wir mal hier rüber hoffentlich sieht uns keiner hoffentlich sieht uns keiner ist klar hier oh scheiße ist jemand gestorben aber von wo warum hat sich jemand abgesprungen Vorsicht Leute hier kommen welche oh da drüben die schießen die ganze Zeit dahin da muss jemand da muss irgendwo jemand stehen eine Drohne oder was unten unten scheinen welche zu sein ist das ein Bug da hinten das Flimmern oder was ich glaube fast schon vielleicht vielleicht kriegen wir an ist null scheiße komm zeig dir nochmal Junge zeig dich nochmal da hinten oder lol geiles Ding geiles Ding weggeholt er dachte er ist sicher noch jemand oh shit wir sollten nicht so viel riskieren hier das plötzlich rausschauen könnte Verdacht schöpfen da hinten da rennt er da rennt sie mehrere ich glaube zwar nicht dass ich die von hier treff komm shit ah hätte ich mich doch nicht hingelegt man ich gucke mit der Waffe über der Kante drüber und ich treffe die nicht wenn ich drüber gucke dann muss ich die auch treffen können auch wieder ein Spiel ein Fehler im Spiel ist blöd ist wirklich blöd dann soll er die Waffe doch hochnehmen also mir symbolisieren dass es nicht geht dass es nicht möglich ist oh den hätte ich mir schon den hätte ich schon noch kriegen können aber es war auf jeden Fall extrem knapp 20 zu 0 also 20 Verstärkung hatten wir noch das ist nicht viel das ist nicht viel 20 Kills sind schnell gemacht naja ok alles klar Leute ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen wenn euch das Video gefallen hat lasst bitte einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns hoffentlich oder hören uns hoffentlich in der nächsten Folge bis dann ciao bis dann 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 Vielen Dank.